So. und schon hört man das hermann hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem dreamers channel ich hoffe euch geht es gut ich hoffe ihr habt bis jetzt einen schönen freitag gehabt heute haben wir sogar habe ich es wirklich mal pünktlich geschafft sonst immer ja fünf minuten zu spät oder zehn minuten ja ist halt immer classic ja aber dafür haben wir hintergrundgeräusche keine ahnung was was hier gerade umgebaut wird keine ahnung aber es ist schon seit morgen gibt es hämmergeräusche ja wieder genial aber egal okay jetzt machen wir weiter die bonus episoden und hoffen mal ich hab das falsche angewählt so jetzt ist es gut manchmal die probleme wir machen noch die restlichen bonus episoden gestern war ja ein bisschen ein kürzerer stream als sonst heute können wir wieder wie gewohnt eigentlich machen so auf dem handy sieht es jedenfalls mal gut aus also es läuft jedenfalls flüssig aber man bekommt ein sternchen wenn man es abgeschlossen hat und das aber fluffeluff ja okay dann erleben wir jetzt wahrscheinlich die die vorgeschichte von knurluff er schnarcht wieder okay es tut mir leid für heute wegen den hintergrundgeräuschen heute ist halt ein bisschen chaos edition ja passt eher weniger also mehr übersteuerte edition ja okay flüster gelmeister ich bin es plaudergein okay ich komme rein kill me please entschuldigung dass es so lange gedauert hat hier der perfekte apfel vielen dank das ist das letzte mal jede nacht schleiche ich mich in den vorratsraum nur um die einen perfekten apfel von dort zu holen das reicht mir bitte erlaube mir damit aufzuhören bitte obwohl wie ich ihn kenne wird sich der großmeister dann selbst um einen perfekten apfel kümmern oh was ist ist das ein abwehr globus alles in ordnung ist nicht kaputt gegangen wie schön ich dachte schon er würde zersplittern oder zerbersten wenn er mir runter fällt dieses item ist dir wohl sehr teuer gelmeister normalerweise gehst du doch gar nicht so zimperlich mit items um aber schön zu sehen dass es items gibt die du hegst und pflegst um perfekte äpfel kümmerst du dich immer gut gelmeister jeden jeden tag aufs neue aber der abwehr globus ist wohl ein ganz besonderes besonders wertvolles exklusives item nicht wahr nur das item wirkt nur bei käfer pokémon für dich ist also nicht sonderlich hilfreich aber trotzdem gibst du der acht darauf ja was du sagst stimmt tag genau aber aber es ist in wirklichkeit in wirklich ein einzigartiges item einzigartig genau einzigartig dieser globus ist der grund aus dem ich mich entschlossen habe erkundet zu werden der grundsteine so zu sagen jetzt kommt die vorgeschichte bonus episode zwei wundersame flupflup damals ja damals war ich noch sehr klein ich war noch kein knurren luft damals war ich noch ein fluffel luft die geschichte wir leben alle ein einfaches leben in einer friedlichen ebene ich wuchs in diesem kleinen haus auf fröhlich zusammen mit meinen eltern auge guten morgen fluffel luft ja guten morgen papa mama sagen wir als fluffel luft du spielst heute wieder mit seinen freunden nicht wahr ich habe reichlich gummibobons eingekauft sind doch ein paar mittel paar für euch mit auja danke mama fluffel luft erhält eine menge gummibobons von mama fluffel luft fluffel luft lass uns spielen oh gott sie mal deine freunde kommen dich abholen pass auf dich auf und komm zurück bevor es dunkel wird na klar ich gehe dann mal die bonus episode wundersamer fluffel luft mit fluffel luft in der hauptrolle du wirst die geschichte mit fluffel luft als spielbaren charakter beschreiten bitte beachte du kannst dein abenteuer im bett von fluffel luft sichern das bett von fluffel luft befindet sich oben links zum sichern deines fortschritts ja ok das warum lese ich das vor ok oben ist eine ganz neue map oh fluffluft hallo alle miteinander juhu los geht's los geht's aber es war doch gerade so still hey was sollen wir heute spielen ok das dieser satz passt perfekt zu felino lasst uns im schlamm spielen ihr geht das möchte ich nicht im schlamm zu spielen gehört sich nicht für eine dame ok ich habe ein paar gummibonbons dabei möchte jemand von euch eins oh ja ich möchte eins gummibonbons wie schön wie lecker knutsch knutsch ok das halten kursela ja ok ah ok ok mampf mampf gummis sind lecker du bist der beste fluffel luft ich bin auch froh lieber freund juhu gummis wie sind sie großartig lecker dankeschön dann kursela ich liebe gummis danke für die verluft äh ah bimmel ok hey ihr da genau hier was macht ihr da oh oh die die beiden schlitzohren barnett und pionscora oh hallo fluffel luft du hast also gummibonbons wir wollen auch welche und zwar viele in mengen haufen weiße gummibonbons aber natürlich liebe freunde warum lässt sich fluffel luft mit diesen schlitzohren ein ich habe schon mal mit barnett um seinen freunden gespielt aber sie wollen immer alles bestimmen und wenn man sie alleine allein trifft können sie echt gemein sein ok anscheinend hat fluffluft keine angst vor den beiden gummibonbons sind so lecker sonderbar dass dieser kleine rosa farbklecks keine angst vor uns hat oh ja sie schwenken so köstlich ist ja auch egal solange wir über ihn bestimmen können hey gib mir noch ein gummibonbon mir auch aber gerne ich habe gar keine mehr dabei hatte ich doch so viele was wohl mit ihnen passiert ist tut mir leid er ist wirklich so friedlich ist schon ok wow immerhin haben wir alle weggefuttert hat er das gar nicht gemerkt geht schon wiki vergeben dir noch einmal aber bring nächstes mal gefälligst ein paar mehr mit na klar liebe freunde oh mein gott oh merkt fluffluft gar nicht wie barnett ihn ausnutzt so ein verhalten kann ich nicht leiten das ist doch nicht auszuhalten misch dich besser nicht ein sie sind größer als wir und wirklich furchteinflößend tut mir leid wegen den hintergrundgeräuschen hey alle miteinander wir sollen mit der mama von fluffluft sprechen sie wird wissen was zu tun ist ja ja felino hat noch genau gesagt das habe ich jetzt nicht vorgelesen tut mir leid schlafe mein kind und träume süß ach was bist du knuddelig schlafe mein kind und träume süß ja er schläft so gut er schläft jetzt hey papa was sie sagt ihm papa ich habe ihm mir wegen einer einer sache gedanken gemacht ehrlich worüber denn mama die freunde von fluffluft haben mir heute etwas erzählt ist schon schon passiert fluffluft wurde von ein paar schlitzohren ausgenutzt schlitzohren wie genau die freunde von fluffluft kamen um mir davon zu berichten sagt papa meinst du dass er dadurch schlechte manieren annehmen und so wie die schlitzohren werden könnte manchmal frage ich mich was im kopf dieses kindes wohl so vor sich geht ich mache mir ein wenig sorgen ja das ist in der tat besorgniserregend aber aber ich denke es ist okay fluffluft ist immer so gut gelaunt und aufgekratzt ganz gleich welchen eindruck er auf andere macht im grunde seines herzen ist er rein und gut und ganz nebenbei hatten wir diesen diese diskussion nicht schon einmal damals als ich zusammen mit fluffluft auf den berg gestiegen bin auf unseren rückweg ok was kommt jetzt als fluffluft und ich vom berg zurückkehrten da wurden wir plötzlich von einem unwetter überrascht ja danke bauarbeiter danke für die geräusche ok ich habe angst ist alles in ordnung fluffluft ja spürst du das der sturm bringt den boden zum schwanken wir müssen schnell von diesem berg hinunter es ist zu gefährlich hier zu bleiben weil um ja und genau in diesem augenblick da löste sich dieser riesige felsbrocken direkt über mir ah papa gar nicht gut der wird mir der wird mich zermalmen und gerade als ich das dachte diese spezielle fähigkeit da wurde der felsbrocken irgendwie in stücke zerschmettert ich wurde nicht vom felsbrocken zermalmt sondern auf wundersame weise gerätet magic ich bin mir immer noch nicht sicher was dort genau passiert ist aber ich bin mir sicher dass fluffluft mich gerettet hat das weiß ich ganz genau der bengel hat eine sonderbare gabe oder sowas ähnliches es ist nicht einfach nur ein nur eine fähigkeit sobald jemand gefährdet ist kommt die gabe zum vorschein ich habe so eine ahnung dass diese gabe seiner unermesslichen güte gegenüber allen anderen wesen entspringt ok ich verstehe deine sorgen gut mama aber ich denke wir sollen unserem kind etwas mehr vertrauen nicht wahr ja du hast recht ok es tut mir leid papa es wird immer es wird ihm schon gut gehen immerhin ist er unser sohn ja es ist gut besorgt zu sein mama also sei nicht betrübt dass du dir sorgen machst mama das zeigt doch nur wie gern du den kleinen fluffluft hast nicht wahr ja das stimmt dankeschön du hast mich beruhigt papa sie nennen sich gegenseitig mama und papa ja egal ich frage mich vielleicht ist ja das der richtige name ich will ja nicht sagen am nächsten morgen es wäre strange guten morgen papa baba guten morgen guten morgen fluffluft ok let's go was ist heute los willst du heute wieder mit deinen freunden unterwegs sein ja sei vorsichtig ok komm nach hause bevor es dunkel wird können wir jetzt mal spielen ja ja schon klar mama ok ich gehe dann mal bis später pass auf dich auf also bis jetzt habe ich nur vorgelesen hm ihr wollt erkunderspielen ja genau lasst uns gemeinsam erkunderspielen wir wollten in der zukunft ein erkundungsteam gründen also sollten wir trainieren und unerforschte gebiete erkunden was meinst was meint ihr tolle idee nicht wahr aha eine unerforschtes gebiet wohin soll es denn gehen hm das ist eine gute frage du würdest wirklich ein guter erkunde lehrling abgeben knospi wir haben uns bereits für einen ort entschieden den trübwald was trübwald habe ich richtig gehört ohne mich das will ich nicht es ist streng verboten diesen wald zu betreten das hat mir meine mami gesagt es geht sogar das gerücht um dass ein großes furchteinflößendes monster in dem wald haust warum wollt ihr dorthin gehen denkst du nicht auch dass erkundungsteams erkundungsteams gerade einen solchen ort besuchen würden aber nun sagt bloß bedeutet dass etwa ihr habt dass ihr angst habt dorthin mitzukommen ich kann wieder nicht vorlesen nein ich habe keine angst es ist nur dass man sich nicht an orte begeben sollte die einem verboten worden sind das mag ich nicht ihr könnt alleine gehen ok sie geht ins ich auch nicht ich halte mich da lieber raus dasselbe gibt für mich wie bitte was für ein schöner haufen feiglinge haben vor angst die hosen voll und kommt dann mit diesen peinlichen entschuldigungen das ist doch lächerlich sie werden wohl kaum ein echtes erkundungsteam werden wenn sie mal groß sind mit dieser einstellung wird das nichts hey was ist eigentlich ein erkundungsteam wie bitte du weißt nicht einmal was seine erkundungsteam ist äh nein aber du bist immer noch hier heißt das dass du mutig genug bist ja genau okay na dann los lass uns gehen oh ja super meine freunde also gut alle zusammen aufstellung einnehmen sehr gut aber jetzt sind wir ein erkundungsteam auf dem weg zum trübwald nehmt allen mut zusammen und schon kann es losgehen jawohl juhu ja 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 oh 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 wow wie der bester text ok jetzt können wir mal wieder richtig spielen wir sind sicher level fünf oder eins zwei wir wissen level 17 ok was haben wir für attacken was macht noch mal bitterkuss verwert das konfusion statt uns ok ok gesang könnten wir einschlafen also sieht gar nicht so schlimm aus wir sind sogar stärker als bannett und pionskora aber pionskora eine gute attacke aber wir können die anderen gar nicht einstellen schade ok wir sammeln jetzt einfach so viele items ein wie es geht oder die die wir halt einfach finden und hoffen mal aufs beste ok bis jetzt immer noch one shot er hat kein einziger attacke getroffen oh mein gott so schlecht jo fluffelhoff hat von anfang an schon fallen gehabt aber es tut mir wirklich leid ich nehme jetzt mal diesen apfel mit ja natürlich ist hier eine sackgasse ok wir nehmen den apfel ah sinne wäre nehmen wir auch mit gut ich glaube äpfel haben jetzt deutlich genug so oh top elixier nochmal nice besser weg wieder ok gehen wir mal nach oben die fans schalen ok für was kann man überhaupt geld aufsammeln hä ok es kommt nach der bonus episode ja zu unserem hauptspiel aber trotzdem hätte ich jetzt nicht erwartet wir machen einfach alle fertig fluffelhoff ist einfach schon zu gut vorbereitet ok hier ist noch ein raum ah hier ist sogar der ausgang glück gehabt ok bannett kann auch gut austeilen ok das ist eine frage gegeben brauchen wir jetzt nicht unbedingt so naja wir hätten wahrscheinlich gegen rechts gehen sollen komm komm dass hier einfach noch irgendwelche räume sind ok der gang ist ein bisschen merkwürdig wach ich frage mich welches ist das boss pokemon ah nein jetzt haben wir einen raum verpasst sicher dort wäre sicher der ausgang ah ok man kommt trotzdem irgendwie hin ah nein ok hier wäre nur ein top elixier also nur ist ja eigentlich gut so ah die wilden pokemon immer ah hier oh mein gott die wären die ganze zeit so nah gewesen so typisch wie die musik auch einfach jedes mal durchdreht wie die musik auch einfach jedes mal durchdreht ok ok war ein bisschen lost das gegnerische pokemon ein bisschen äh ja ok wir haben eigentlich genügend äpfel oh ok vielleicht sollten wir jetzt so schleunigst ja ok gut wir haben es geschafft ich mach mal ein save state genau hier bei bei der sequenz hier wir sind ziemlich weit gekommen das ist wirklich ein ganz schön dunkler ort oh nanu was ist passiert pionscora das hier ist der ort den man wirklich nicht betreten sollte die die tiefen dieses waldes und das gerückt dass hier ein schreckliches monster haust was soll das jetzt wo wir hier sind bekommst du plötzlich angst dafür habe ich kein verständnis aber jetzt wo du es sagst da fange da fange ich auch plötzlich an angst zu haben oh nein jetzt lassen sie uns sicher alleine dort wie gruselig da ist irgendetwas sag sag sowas nicht du du feigling was ist es jetzt wo du es sagst barnett du hast auch richtig angst oder angst ich was für ein unsinn hör auf hier den tapferen zu spielen obwohl du etwas anderes sagst sehe ich die angst in deinen augen nein das stimmt nicht das stimmt einfach nicht ich werde euch beweisen dass ich keine angst habe hey du schreckliches monster hörst du mich das war sehr authentisch vorgelesen i know was ich bin der große barnett ich bin ein erkunder wir sind gekommen um dich zu schlagen also schluss mit dem versteckspiel komm schon raus da es kommt dann grodon oder so okay es kommt gar nicht hä es kommt nicht heraus was soll das denn hier ist nichts ich wusste es ich wusste es von anfang an ich wusste dass es sich um nichts als ein einfaches gerücht handelt hier gibt es kein monster hier war niemals eins haha ist das so okay alle lachen einfach und flo 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 lacht nur das ist das einzige was er macht nun gut anscheinend ist diese erkundung damit vorüber alle miteinander lasst uns nach hause gehen jawohl auch fein garururu besser text wieder habt ihr das auch gehört ich habe eine art knorren gehört schon wieder garuru hey ihr dort sagtet ihr nicht ihr seid ein erkundungsteam oh mein gott verschwindet hier rein zu kommen was wer in aller welt glaubt ihr eigentlich zu sein ok wa das monster es war so es war so obvious dass das passieren wird was soll das ein haufen gehren hu wart ihr nicht gerade noch mehr auch du junior lauf besser schnell weg oder davon wenn du hier bleibst wird etwas schlimmes passieren äh entschuldigung onkel was machst du hier onkel hast du hast du etwa keine angst hast du keine angst vor mir nein keine angst aber was machst du denn hier onkel oh ich hätte jetzt gerade gerechnet dass wir alleine gegen ihn gekämpft hätten ok was was für ein eigenartiger kleiner geselle ok nun sag schon sag sag ich habe dir doch gesagt du sollst nach hause gehen wenn du mir antwortest gehe ich auch antworte antworte auf keinen fall verschwinde eine kurze antwort reicht schon reicht reichlich hm du lässt nicht locker nun gut anscheinend habe ich keine wahl ich werde dir von mir erzählen komm mit oh ja was und dann geht er einfach mit what warum ist hier ein kagama lager oh ein höhleneingang inmitten des waldes rein da äh äh ah ok äh aber trotzdem auch strange sorry wow unglaublich geheimversteck geheimversteck hast du Lust eigentlich nicht kein geheimversteck einfach nur mein bescheidenes zuhause mein name ist amaldo ich war einmal ein erkunder aber das ist vergangenheit wegen dieser einen sache ich habe mit dem erkunden vorübergehend aufgehört und in der zwischenzeit wohne ich hier sag was ist erkunden wie bitte du weißt nichts über das erkunden erkunden macht spaß es ist unglaublich aufregend macht spaß unglaublich aufregend genau ferne länder unerschlossene gebiete man bereist viele beeindruckende orte und enträtselt die mysterien die man dort entdeckt wirklich und von jeder erkundung bringt man schätze und erfahrungen mit zurück oh hört sich super an man muss dran bleiben und immer sein bestes geben Schwierigkeiten lösen bis man eines tages seine träume erfüllt ich gebe dir ein beispiel diese geheime karte hier amaldo gibt fluff fluff die geheime karte falte sie auseinander und sieh sie dir mal an ok sie sieht wie eine karte aus auf der die position eines großen schatzes verzeichnet ist aber sieh mal ganz genau hin diese zeichen ergeben irgendwie keinen sinn nicht wahr solange ich diesen geheimcode nicht knacken kann sorry werde ich niemals den genauen ort des schatzes erfahren aber du bist nur ein kind du wirst das kaum verstehen ich habe lange zeit daran gearbeitet aber es bis heute nicht geschafft den code zu knacken wie dem auch sei ich gebe nicht auf das kann ich nicht wenn ich diese herausforderung bestehe wird es eine zukunft für mich geben äh er zündet die karte einfach an was das ist es was das erkunden ausmacht die spannung davor eine heiße spur zu entdecken und zu verfolgen genau das macht das erkunden so verlockend hey angekogelt angekogelt hey junior was machst du denn hör auf damit heiß 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 oh mein gott nein so wie gesagt er ist los Wasser Wasser oh genau aqua knare äh aqua knare meine 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 wertvolle geheime karte völlig völlig verkohlt sieh mal was unter den angekogelten teilen da ist noch etwas wenn du die schwarzen teile wegwischst ist da nicht etwas besonderes Fluffluch äh Fluffluch wischt die schwarzen teile der karte zur seite was genau hier steht da nicht etwas geschrieben genau geschrieben östliche höhle östliche höhle wirklich kann es sein dass dort ein schatz versteckt ist ja genau ich wusste es ha oh mein gott glück gehabt sagen wir sagen wir es mal so das ist ja aber wie kamst du wie kamst du hinter das geheimnis der karte als ich mir die karte ansah bemerkte ich dass es sie ziemlich dick war also dachte ich mir dass die karte wohl zwei lagen haben muss aber ich sah keine möglichkeit die obere lage zu entfernen also dachte ich ankokeln dies kind ich habe mir so lange darüber den kopf zerbrochen und dieser kleine racker löst das rätsel einfach so also dies kind einfach so und wenn du jetzt zur östlichen höhle aufprichst wirst du dort den schatz finden bitte nehme ich mit dir mit ich möchte mitkommen mitkommen aber ich ich bin ein erkunder in ruhestand ich kann dich ich kann doch nicht so einfach oh gott ich kann wieder nicht vorlesen wieso magst du es etwa doch nicht auf erkundung zu gehen weil vorhin klang es so als ob du wirklich gerne davon sprachst und du hast so viel zeit mit dem rätsel der karte verbracht was für eine verschwendung wenn du jetzt nicht gehst das ist es wäre wirklich schade nicht zu gehen jetzt wo das geheimnis der karte gelöst wurde aber ich zögere diesen ort zu verlassen obwohl eine kleine erkundung der östlichen höhle sollte nicht zu viel aufmerksamkeit auf mich lenken na gut aufmerksamkeit hey junior du hast recht mit dem was du sagst lass uns auf erkundung gehen wirklich? ja wirklich aber es ist ein wenig zu spät um heute noch aufzubrechen deine eltern machen sich womöglich Sorgen für heute solltest du nach hause gehen morgen machen wir uns auf den weg oh ja prima ich danke dir sehr schön lass uns morgen unser bestes geben juhu okay am nächsten morgen guten morgen papa mama guten morgen guten morgen flufffluff nochmal mit ihnen reden oder sagen sie das gleiche bist du heute wieder mit deinem ah ok sie sagen das gleiche bei wohin gehst du schon hast du? wech Gut so, wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Hey Fluffluff, lass uns heute zusammen spielen. Hm, tut mir leid, ich habe heute bereits etwas vor. Du hast etwas vor? Wohin willst du denn? In den Trübwald. Was? In den Trübwald? Genau, bis später. Er ist komplett... Ja, okay, die anderen verstehen es ja nicht. Die denken ja immer noch, es wäre ein Monster dort. Hey Fluffluff, ist noch alles gut gelaufen? Ja. Ich kann kaum glauben, dass du entkommen bist. Ich dachte schon, du wurdest von dem Monster verspeist. Welches Monster? Ich weiß nicht, wofür du sprichst. Ich habe einen neuen Freund gefunden. Einen Freund? Ja, einen Freund. Ich bin gerade auf dem Weg, wieder mit ihm zu spielen. Bis dann. Er ist so nett zu allen. Aber auch ein bisschen naiv. Guten Morgen. Hey, da bist du ja, Junior. Schnell, lass uns gehen. Nun mach schon. Kein Grund, ungeduldig zu sein. Vor einer Erkundung musst du sicher gehen, dass du gut vorbereitet bist. Vorbereitet? Ja. Sieh mal hier. Oh nein, jetzt erklärt uns das Kangama-Lager nochmal. Ist das sein Ernst? Was? Was ist das? Das nennt man einen Kangama-Speicher. Hier kannst du dein Abenteuer sichern und deine Items sortieren. So einen solltest du auf deine Erkundung nie auslassen. Wirklich? Oh, hey. Hör auf, so darauf herumzuschauen. Okay, das war, wenn schon, was anders. Na, wie auch immer. Du kannst jedes im Kangama-Speicher gelagerte Item verwenden, wie du es für angebracht hältst. Lass uns hier also mit Hilfe des Kangama-Speichers die Vorbereitung unserer Abenteuers abschließen. Ja, verstanden. Der Text. Irgendwann, da ich noch wegen zu viel Text vorgelesen. Okay. Macht ja sehr Sinn. Du kannst den... Ja, okay. Warum klicke ich ihn nochmal an? Okay, gehen wir. Hä? Kann man hier irgendwas machen? Wow. Ja, und wie geht's weiter? Nach unten? Hm. Junior, bist du schon soweit? Ja, okay. Ja. Sehr gut. Lass uns aufbrechen. Wir sind auf der Suche nach dem Schatz der östlichen Höhle. Verstanden, Junior? Ja, du bist noch ein Anfänger, wenn es um Erkundungen geht. Sei nicht so frech und halte mich nicht auf. Ja. Okay. Ja, das schaffen wir sicher. Vielleicht ist Al... Okay, Almalter ist ein bisschen stärker als wir. Uh, nice. Wieder ein Top-Elixier. Aber ich glaube, wir haben eh keine Probleme. Ja, okay. Das ist immer noch One-Shot. Ausgang. Oh, Mann. Oh, Mann, okay. Aber das hat jetzt ein bisschen zu viel Leben abgezogen. Oh, mein Gott. Warum macht er das Schutzschild? Ja, okay. Aqua-Knarrebar. Nice. Okay. Ich nehme jetzt nicht an, dass es hier... ...übelst viele Ebenen gibt. Instant zwei Welt-Sache. Oh, oh, oh. Huh. Bitte für Leber-Sache. Nein, Chaos-Dame. Oh, mein Gott. Ja. Vielleicht sollte ich ab und zu speichern. Falls es, ähm, ja mal zu einem Down kommt. Es wird jetzt so oder so. Ich mach ihn weg. Okay. Kraft-Band. Warte, ich sortiere mal alles. Ja, okay. Wir nehmen Kraft-Band. Easy-Going. Aber... ...bester Weg wieder. Okay. Also wir... Wir können... Ah, okay. Ich wollte sagen, wir können relativ gut einstecken. Das stimmt jetzt nicht so. Weil Absorber ist ja eigentlich eine schwache Attacke. Aber die hat übelst viel abgezogen. Verstehe ich jetzt irgendwie gerade nicht. Aber... Vielleicht werden wir das noch irgendwann erfahren. Wahrscheinlich nicht. Wir müssen einfach hoffen, dass es nicht nochmal passiert. Ah. Natürlich. Ein Raum unten dran. Äh. Ja, gehen wir nach unten. Spezial-Band? Nice. Direkt zwei hintereinander. Ja, ja. Oder Pissive-Beere. Falls irgendwann Gift-Probleme entstehen. Nein. Really? Jetzt werden wir noch umzingelt. Ah, nein. Und das andere Tangela ist weg. Okay, Hecleon. Weiter. Lehm-Zula ist immer noch die beste Attacke ever. Also, hier bei Pokémon Mystery Dungeon hat man eher weniger Probleme gegen Weltsache. Das ist doch ein Joke, oder? Das ist doch ein Joke. Das ist doch ein Joke, oder? Ich gehe ein Feld nach unten. Ja, bestimmt. Dann kommen beide Tangelas auch zu mir nach unten. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, gut, gut. Ich werde ein bisschen geschützt. Wir haben halt die größeren Probleme als Amal- Amal- Ich kann den Namen nicht aussprechen. Amal- So. So. Nein. Wo habe ich gespeichert? Ich habe bei... Bei drei. Okay. Ja, ja, ja. Jetzt sind wir halt ein bisschen weiter. Ey, ist das unpraktisch? Dann müssen wir die Dictas als erstes besiegen. Oh, ist das bedenklich. Jetzt haben wir erst wieder das Kraftband. Der ganze Prozess vorhin ist komplett wieder weg. Aber wir wissen... Vielleicht... Also ich weiß jetzt noch zum Teil, wo... ...die Ausgänge sich befinden. Ich glaube, der nächste ist hier unterhalb von diesem Raum. Natürlich. Wir kommen nicht direkt dorthin. Wir haben einen riesigen Bogen gemacht, dass wir dorthin gekommen sind. Jetzt fangen wieder die Bauarbeitergeräusche an. Tut mir leid. Es war für eine kurze Zeit, ja, relativ ruhig. Halt am Anfang von dem Stream hat man es sehr gehört. Aber ja, natürlich muss es irgendwann wieder anfangen. Wir machen einfach genau das gleiche... ...nochmal den gleichen Fehler ...und auch den gleichen Weg wie vorhin. Okay, in diese Falle sind wir vorhin nicht reingelaufen. ...nehm, in dieser Falle sind wir... ...nehm, in dieser Falle sind wir auch ganz gut. Hallo? Ich wollte es schon sagen, hä? Okay, ich speichere jetzt nochmal. ok ist noch nicht derjenige oder der der raum wo sich ja der monster raum so ich kann nicht kein deutsch reden wie es aussieht ja ist nicht so ist aber wir könnten ja so ein ort einsetzen wir müssen schauen was wir für orbs haben streu ob gutes könnte behilflich sein die folge referat ja teleportiert gegen an zufällige orte macht fallen sichtbar ok beschleunigt das team ich mache es zur sicherheit noch mal ein save stay falls dick da uns trotzdem besiegt sollte es aber eigentlich funktioniert er hat uns nicht komplett besiegt sozusagen es hat drei ich denke dass ihr schutzschild ein ist das ok noch mal ich hätte das von anfang an einfach machen soll so jetzt wenn sie einzig kommen ist es relativ einfacher als dann alle auf einmal ja ok kapatr kann eh nichts machen welser will nichts machen wo ein karpisch an alles gut plötzlich kommt ein ding da wieder Oh! Level 18! Nice! Hallo? Tastatur reagiert wieder super! Wir haben schon jetzt keine Attacke mehr! Leute, dann einfach nochmal. Hey, come on! Ja, okay, dann halt! Was? Setz doch nicht immer Schutzschild ein, please! Oder vielleicht hat er keine... Ah doch, er hat jetzt gerade eine andere Attacke eingesetzt. Gut! Wir haben die Ebene geschafft! Yay! Es war auch gar nicht Pain! Nein, nein! Nein! Es war so angenehm gerade! Nein! Okay! Das hätte jetzt auch kritisch enden können! Okay, wenn das nächste... Okay! Mit zwei normalen Heben! Einfach besiegt! Okay! Wir bekommen so viele Top-Elixiere! Wir können ja eines trinken! Ja, wir haben schon sechs Stück! Also... Das ist halt nur wegen Pfund jetzt! Aber das ist ja nicht so schlimm! Dann haben wir Ben schon mehr, ja... Karpeln, die wir abziehen! Okay! Gut! Jetzt ist dann... Es wäre so typisch gewesen, wenn es jetzt bei 10 fertig gewesen wäre! Das wäre einfach so unpassend! Oh no! Das war jetzt gerade auch unpassend! Gut! Weiter! Huh! Huh! Oh mein Gott! Hier mache ich schnell einen Safer! Oh nein! Magen knurrt! Okay! Ja! Warum nicht? Okay, gut! Wir haben es geschafft! Wir sind so weit gekommen! Der Schatz! Wo mag er es denn nur sein? Oh! Kannst du das Licht dort drüben sehen? Lass es uns mal untersuchen! Boah! Unglaublich! Was ist das? Oh! Übelst der Rätselraum! Äh... Rechts und links hat Stacheln! Sieht gar nicht nach einer Falle aus, oder? Boah! Das ist so unglaublich! Sieh nur! Hier vorne ist eine Tür! Der Schatz wird sich wohl hinter der Tür befinden, oder? Nun los! Gehen wir! Gehen wir! Warte Junior! Was denn? Ist dir an dem Aufbau dieses Raums gar nichts aufgefallen? Ich glaube, der Bohrer wollte auch mitreden! Sieh mal genau hin! Es gibt da eine Art Trick! Trick? Ja! Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Schatz sich hinter der Tür befindet, aber... Nun, wir müssen herausfinden, wie wir diese Tür öffnen können! Schau mal! Oberhalb der Tür! Siehst du das aus... äh... das augenähnliche Symbol dort? Ich denke, wenn wir dort einen Fels oder ähnliches hineinstecken, wird das etwas auslösen, aber... Dann gibt es dort noch die zwei großen Baumstämme auf beiden Seiten! Und diese Öffnungen im Boden sind verdächtig! Der Pfeiler dort drüben! Und ein eigenartiger Schalter am Ende der Spalte! Wenn wir diesen Pfeiler entlang der Bahn auf den Schalter bewegen, wird wohl etwas geschehen! Eigentlich ist es ein geradezu klassischer Aufbau! Dieser... diese Art Falle ist normalerweise recht einfach zu erkennen! Ey, tut mir leid, Leute! Tut mir leid wegen den Geräuschen heute! Und diese Stacheln in der Wand? Sieh sie dir an! Die sind mir gleich zu Anfang aufgefallen! Oh ja, die sind mir ja auch aufgefallen! Was ist das hier für ein Kristall? Wenn du gegen diesen Kristall stößt, wird etwas passieren! Vielleicht ändert sich die Farbe des Kristalls oder etwas taucht aus dem Boden auf oder so! Ich glaube, so wird es funktionieren! Und hier! Sieht fast so aus, als sei diese Vorrichtung auch noch irgendwie wichtig! Schon verdächtig, ein derart vertracktes Ding an einem solchen Ort zu finden! Je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird, dass sich jemand wirklich mir gegeben hat, das alles hier abzuriegeln! Es bedarf ein geübtes Auge, all diese Mechanismen zu entdecken! Verstehe! Also sollten wir umhergehen und alles ausprobieren! Der Bohrer stimmt ihm zu! Nein! Auf diese Art könnte die Tür für immer verschlossen werden! Und dann noch die ganze Fallen! Wirklich? Ich verstehe! Wie auch immer! Dieser Raum steckt voller Gefahren! Wie ich einfach Pause mache, wenn der Bohrer kommt! Wir sollten wirklich vorsichtig weitermachen! Ja! Verstanden! Juhu! Rufi! Geschafft! Ich habe sie geöffnet! Was? Was zum... Weilum! Gehen wir weiter! Was um alles in der Welt ist! Los mit diesem Bangle! Nun mach schon! Na klar! Ja! Amaldo öffnet die Schatztruhe! Darin ist ein Abwehrglobus! Das... ist... Wow! Wie cool! Was ist das? Dies ist ein Abwehrglobus! Ein Abwehrglobus? Juhu! Juhu! Oh! Er ist sehr wertvoll! Er ist sehr wertvoll! Ein Item, das man nur selten findet! Es ist ein exklusives Item für Käfer-Pokémon! Hey! Hast du bei dem, was ich gerade gesagt habe, gar nicht zugehört? Doch, doch! Natürlich habe ich das! Ich verstehe zwar nicht alles, aber es ist wirklich cool! Wir haben es geschafft! Es ist... Äh... Okay... Ganz... Das ganze Textfeld ist voll! Was denn nun? Er ist so fröhlich! Er kennt nicht einmal den Wert dieses Items und ist... Und trotzdem ist er einfach so unglaublich fröhlich! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Juhu! Juhu! Hm... Vorhin beim Öffnen der Tür hat er eine bemerkenswerte Intuition an den Tag gelegt! Dieses Kind ist... Juhu! Aha! Dieses Kind! Ich werde aus seinem Charakter nicht wirklich schlau! Eine unbekannte, nicht fassbare Eigenschaft geht von ihm aus! Sieht so aus, als ob diesem Bengel ein unglaubliches Naturtalent oder etwas Vergleichbares inne wohnt! Für Erkunder stellt so etwas einen unbeschreiblichen Vorteil dar! Hey! Erkunden macht enorm viel Spaß! Das hätte ich nicht gedacht! Really? Why? Jedes Mal wenn man am Streamen ist! Oh genau! Meister! Meister? Ich? Ja genau! Der Erkundungsmeister! Meister! Ich habe eine Bitte! Bitte! Bitte lass mich dein Lehrling sein! Nein! Äh! Mein Lehrling! Nein! Ich passe! Ich kann mich nicht um einen Lehrling kümmern! Und auch dazu habe ich mit dem Erkunden aufgehört! Für so etwas ist bei mir einfach zu spät! Aber heute bist du doch mit auf diese Erkundung gekommen! Nicht wahr? Bist du doch oder nicht? Meister? Äh! Zum ersten Mal hatte ich so viel Spaß! Es fühlte sich an als hätte ich mich irgendwie verändert! Ich möchte weiter erkunden! Ja! Wirklich! Ich möchte von Herzen gerne weiter auf Erkundung gehen! Bitte! Lass mich dein Lehrling sein! Meister! Meister bitte! Puh! Wow! Er kniet sogar auf den Boden! Er meint seine Bitte wohl wirklich ernst! Naja! Obwohl es so rund wie der ist kann ich eigentlich nicht sagen ob er nun wirklich kniet oder nicht! Was soll ich nur machen? Es wäre sehr riskant für mich wieder als Teil eines Erkundungsteam loszulegen! Aber dieser Kleine hat so viel Potential! Es ist unglaublich! Mich würde interessieren wie weit er als Erkunder kommen könnte! Zusammen zu erkunden könnte auf Dauer etwas anstrengend werden! Aber eben auch sehr interessant! Es reizt mich wirklich! Ich denke ich könnte doch einmal mit dem Erkunden anfangen solange es mit ihm ist! Na gut! Gut! Ich habe mich entschlossen! Du darfst mein Lehrling sein! Wirklich? Aber! Mein Training hat es in sich! Sobald du schwächerst sind wir durch damit! Juhu! Geschafft! Vielen Dank! Hallo Tastatur! Juhu! Juhu! Und so geschah es! Mein Meister akzeptierte mich als seinen Lehrling! Während er wieder zu einem Erkunder wurde! Mein Meister und ich! Wir erkundeten eine ganze Zeit lang zusammen! Haha! Ich freue mich darauf dir zur Seite zu stehen Meister! Mir zur Seite! Augenblick! Wenn du dich so aufführst, weiß ich nicht ob das so eine gute Idee ist! Sei doch nicht so streng Meister! Wenn du dich so aufführst, wie sollen wir denn als Erkundungsteam funktionieren? Hey! Ich bin ja so... Ich bin ja so froh! Ey! Der Borat erregt mich jetzt langsam dann auf! Schon den ganzen Morgen! Ist ja gut! Nein! Ja... Ist ja nur die Arbeit! Also wegen dem... Ist halt ein bisschen unpassend, weil ich halt im Nachmittag... Hätte ich ja auch vorherse... Das ist halt das Problem! Ich hatte so viel Spaß, nachdem mein Meister mich als seinen Lehrling aufgenommen hatte! Okay, hier dann mal! Bis dann! Pass auf dich auf! Ich wachte mich jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen auf... Auf zum Haus meines Meisters! Wir schlugen gemeinsam die Karte auf, um einen Ort zum Erkunden auszuwählen! Hey Meister! Lass uns heute diesen Ort gemeinsam erkunden! Dieser Ort namens... Das Ende der Welt! Nun... Nun mach mal aber halblang! So einen Ort können wir gar nicht erkunden! Wir entschieden uns Tag für Tag gemeinsam für einen Ort wie zwei alte Freunde! Und machten uns gleich danach auf die Erkundung! Wow, Schätze, Schätze! Sei nicht so unbedarft! Hier ist möglicherweise eine Falle! Hehehehe! Ah! Meister! Meister! Ja, okay! Ist schon okay! Ich kann... Ich kann ihn auch noch später retten! Was?! Oh, ja... Ja, okay, okay! Wir wissen... Wir wissen ja, dass Knuddelhof ein bisschen egoistisch ist! Mein Meister und ich gaben ein wunderbares Team ab und wir fanden zusammen eine Menge Schätze! Es war wirklich großartig! Wir machen eine erfolgreiche Erkundung nach der anderen! Der arme Meister bricht sich so die Beide oder so nach... ...nach dieser Falle jedenfalls und Fluffelluft chillt dort einfach! Und dann ein paar Monate später... Was?! Oh, Wahnsinn! Dort sind noch viel mehr, Schätze, Meister! Na gut, lass uns alles mitnehmen! Au, fein! Das ist mir wirklich einer, dieser Kleine! Jetzt sind wir schon eine Weile gemeinsam auf Erkundung unterwegs! Und ich bin mir sicher, ich habe noch nie jemanden mit derart ausgeprägten Erkunderinstinkt getroffen! Ich bin mir sicher! Ich bin mir sicher, dass dieser Bengel eine Art Erkunderwunderkind sein muss! Meister, was machst du denn? Beeilung, Beeilung! Ja, ich komme ja schon! Kein Wunder ist Knullluft so stark! Heute haben wir eine Menge entdeckt, nicht wahr? Erfolg, Erfolg! Warum wiederholt er sich jedes Mal? Hey, Meister! Wohin werden wir morgen auf Erkundung gehen? Wie bitte? Wir haben gerade die heutige Erkundung beendet und du planst schon für morgen? Du scheinst mir langsam ein wenig zu aufgekratzt! Wobei, ich denke sogar, dass die morgige Erkundung noch mehr zu bieten haben wird als die heutige! Wirklich? Ja, morgen werden wir uns zur Schicksalsschlucht begeben! Oh Gott, das übelste Zungenbrecher-Wort! Gerüchte lassen, auf eine Menge Schätze hoffen! Oh, wunderbar! Ich kann es kaum erwarten! Lass uns das morgen machen! Auf jeden Fall! Ja! Ja! Ist es okay für dich, von hier aus allein nach Hause zu gehen? Natürlich! Kein Problem! Okay! Alles klar! Also sehen wir uns morgen bei mir! Wir machen uns dann zur Schicksalsschlucht! Okay! Auf heim! Tschüss, Meister! Dann bis morgen! Puh! Alles! Wie immer! Er ist immer so fröhlich! Es ist gut, fröhlich zu sein! Aber er ist so fröhlich, dass es mich ermüdet! Ich mache mich besser auf den Heimweg! Diese Fröhlichkeit hat irgendwie etwas ansteckendes! Ich dachte, es wäre vorbei! Why? Why? Okay! Dies Pokémon! Dies Pokémon war das vielleicht! Nein! Es war nicht das! Am nächsten Morgen! Wie ich einfach übelst die Probleme mit dem Bohrer habe! Guten Morgen! Papa und Mama! Guten Morgen! Guten Morgen! Fluffluff! Here we go again! Bye! Hi! Wohin gehst du? Zuflucht von Amaldo? Okay, ich gehe dann mal! Bis später! Pass auf dich auf! Let's go! Ah, ich sehe schon, wo wir hingehen als nächstes! Guten Morgen, Meister! Oh, hallo Junior! Ich habe noch ein paar Nachforschungen über die Schicksalsschlucht angestellt! Sieht aus, als ob das heute um einiges schwieriger werden könnte als alle Dungeons, die wir bisher besucht haben! Selbst mit meiner Stärke kann das sehr schnell schwierig werden! Hm? Also gehen wir nicht? Vielleicht, vielleicht auch nicht! Ich wege ab, was wir tun sollen! Lass es uns versuchen! Es wird schon klappen, da bin ich sicher! Zusammen sind der Meister und ich unbesiegbar! Kein Problem, kein Problem! Er hat recht! Warum mache ich mir Sorgen? Dieser Kleine ist ein Erkundungswunderkind! Wenn ich es allein machen würde, keine Chance! Aber wenn er dabei ist... Nun gut! Du hast mich überzeugt! Gehen wir! Auf zur Schicksalsschlucht! Meister! Ich wusste, wir würden gehen! Du bist... Das ist mein Meister! Denk an deine Erkundungsvorbereitungen! Dort ist ein Kangama-Speicher! Wir gehen, sobald du fertig bist! Oh ja! Okay, wir nehmen jetzt Belebersamen mit! Dann haben wir, wenn schon... noch gute Chancen... Entnehmen! So! Wir haben noch ein bisschen Platz im Eventar! Belebersamen! Wir haben einfach zu viele Sachen! Okay, gut! Ich nehme so drei Stück mal mit! Natürlich! Ich habe irgendwas gesagt, dass Google Assistent wieder aufgeschalten hat! Ja, ja! Das muss ja auch jeden Tag einmal passieren! Also, ja! Junior, bist du schon fertig mit deinen Vorbereitungen? Wir machen ein Save-State hier! Ja! Genau! Alles klar! Also machen wir uns auf! Zur Schicksalsschlucht! Oh ja! Es ist einfach nur traurig! In diesem Augenblick! Im Haus von Fluffelhoff auf der Ebene! Was? Im Haus von Fluffelhoff? Fluffelhoff! Lass uns gemeinsam spielen! Oh! Das sind... Kusilla und die anderen! Oh oh! Jetzt werden wir wahrscheinlich entdeckt! Oh! Die Mama von Fluffelhoff! Es tut mir leid! Fluffelhoff ist heute wieder nicht da! Ihr ladet ihn immer ein mit euch zu spielen! Es ist nicht sehr nett von ihm, dass er dafür immer zu beschäftigt ist! Übrigens Mama von Fluffelhoff! Worum geht es, Kusilla? Stimmt es, dass Fluffelhoff jeden Tag in den Trübwald geht und dort zu spielen? Was? In den Trübwald? Ist das wahr, Kusilla? Wir wissen es nicht genau! Aber das ist... Das, was wir gehört haben! Anscheinend weiß es seine Mama aber auch nicht! Wenn es stimmt, hoffentlich geht es Fluffelhoff gut! Immerhin an einem solchen Ort zu spielen! Hey, Barnett! Hey, Barnett! Hast du Fluffelhoff gesehen? Fluffelhoff? Ach, geht Fluffelhoff nicht weiter täglich in den Trübwald? Was? Wir haben ihn dort dutzende Male hingehen sehen! Dass er immer wieder an einen solchen gruseligen Ort zurückkehrt! Ganz im Ernst, ich verstehe ihn nicht! Wundersamer Fluffelhoff! Wobei, ich habe ihn vor einer Weile gesehen! Okay! Dieser finster aussehende Typ da aus dem Wald! Fluffelhoff hat sich wohl mit ihm angefreundet oder so! Was? Hoffentlich geht es ihm gut! Ich meine, weil er sich immer mit diesen gruseligen Typen trifft! Papa! Papa! Darf ich euch für einen Moment stören? Oh nein, es kommt Nilo King! Oh nein! Worüber ihr da redet? Könntet ihr mir etwas genauer berichten, worum es geht? Hey du! Ich? Du hast doch gerade gesagt, da würde ein finster aussehender Typ im Wald leben! Wie sieht er denn aus? Er hat große Greifer und eine Schale wie ein harter Panzer! Ich weiß auch nicht, aber er sieht einfach total furchterregend aus! Ich wette er ist... Er ist es! Er muss es sein! Ähm... Und wer sind sie? Entschuldigt, dass ich vergaß mich vorzustellen! Ich bin Nilo King! Ich bin ein Erkunder! Ein Erkunder? Genau! Ich sollte mich gebührend vorstellen! In Wahrheit bin ich... Was kommt jetzt? Was? Wirklich? Das riecht nach Ärger! Na... Ja, 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 ja! Okay, okay, okay! Ja, dann ist es halt so! Dann ist es halt so! Dann bekommen wir halt noch nicht die Geschichte mit! Dann warten wir halt noch ein bisschen! Die Musik hier ist ein bisschen entspannt! Oh, wir haben immer noch Level 18! Hä? Statt nicht vorhin, wir haben einen Monat irgendwie mit Amaldo erkundet gehabt? Sollte man dann nicht ein paar Level aufsteigen? I don't know! Okay, sie war am Anfang relaxed! Die Musik! Oh! Belebersam! Sichtsam! Okay! Angst, oder? Ja! Aber wir machen immer noch One-Shot! So, ja, kein Problem! Wir müssen einfach wieder weiterhin gute Items aufsammeln! Falls ein Monster-Raum wiederkommt! Ist eigentlich auch... Das habe ich mir noch gar nicht überlegt! Ist eigentlich krank! Wir waren im zweiten Dungeon! Oder Fluffluff! Sein zweites Dungeon in seinem ganzen Leben! Und es kam schon ein Monster-Raum! Macht Sinn! Macht sehr Sinn! Mr. Stolos! Hallo! Fabiagl sieht aus wie ein Zombie! Ja, das hat vorhin nicht gerade gesund ausgesehen! Da muss ich dir zustimmen! Oh! Glück! Aber Fabiagl eben! Ich glaube, er kann eh nur eine Attacke, oder? Oder vielleicht sogar... Ja... Jedenfalls nicht viele! Ich glaube, Nachahmer war doch eine! Oder halt seine Signature-Move! Keine Ahnung, wie die nochmal hieß! Was ist das? Annulier-Org? Oh man! Das ist bis jetzt noch keine Herausforderung! Aber Betonung auf bis jetzt! Kann immer noch passieren! Ja! Abra! Boom! Ös hat sogar überlebt was! Ich dachte, das wäre eine hilfreiche Seite! Auf! Uh! Schon wieder ein Top-Elixier! Ja, ja! Ich weiß! Ich speichere ein bisschen zu viel! Bin by the way schon die ganze Zeit hier! Arbeite aber halt nebenbei! Ah! Nice! Ich habe gesehen, dass hier jemand im Zuschauen ist! Aber nice! Richtig am supporten hier! Danke Mr. Stolos! Der Stau-Orb! Ah, okay! Das können wir gut gebrauchen, der Stau-Orb! Halt, äh, Streu-Orb war wirklich sehr hilfreich vorhin! Wenn wir das halt nochmal bekommen würden, wäre optimal! So! Oh! Ah! Das ist die Kappe! Äh! 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 Einmal Doppel! Er setzt einfach Schutzschild ein! Er will mich wirklich triggern langsam! Nein! Das sehe ich nicht ein! Das sehe ich absolut nicht ein! Nein! Als erstes werden wir richtig Hintergang von unserem Team-Kollegen! Nein! Nein! Oh nein! Jetzt haben wir sicher auch Probleme! Gut! Wir müssen halt einfach immer die Position einnehmen, dass wir beide treffen können! Was genauer? Ich glaube das sind viele Items! Hm! Na ja! Sollte schon gehen! Ach komm! Das sind relativ große Räume! Das mag ich eigentlich noch! So diese, ja, Dungeon-Aufteilung! Das war ein bisschen eine Fehle-Entscheidung gerade! Mach doch nicht Schutzschild-Boy! Danke! Wow! Gut! Wir müssen wieder Backtracking machen! Richtiger Raum! Oh! Ich habe mein Handy noch auf, äh... Vibration eingestellt! Vielleicht hat man es gehört beim Mikrofon! Wenn ja, dann tut es mir leid! Oder... Los, Amalto! Ach komm! Mach doch was! Ich bin nur enttäuscht! Ich bin wirklich... ...menschlich enttäuscht! Ja okay, es ist ein Pokémon, aber... ...ja... ...einfach nur enttäuscht! Dann ist er unser Meister und es schützt sich einfach selbst! Ja ja! Jetzt wissen wir auch, warum er sich versteckt hat! Nein! 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 Warum tut man immer so Zeug? Okay! Ich gehe ganz weg! Oh! Okay! Okay! Okay, wie er recht! Mach ihn weg! Gut! Ja, dann besiegen wir aber auch noch die anderen! Gut! Was... ...hab wir noch mitnehmen? Ist zum Glück nicht weg... ...weg teleportiert! Oh! Meister, wo sind wir? Das ist eine Wegmarkierung für den Dungeon! Von hier aus geht es in die Tiefen der Schicksals... ...äh... ...Schlucht? Ich kann wieder nicht lesen! Sie dient als Wegmarkierung! Achso! Also werden wir bald die Tiefen erreichen? Ganz genau! Da bin ich mir sicher! Wo wir uns gerade über Wegmarkierung in Dungeons unterhalten! Wegmarkierung zu erreichen bedeutet in der Regel, dass dich am Ende irgendetwas erwartet! Etwas erwartet uns? Was kann das sein? Zum Beispiel, der Boss dieses Dungeon! Boss? Ja, ganz genau! Gibt es in einem Dungeon einen Boss, schreitet man lieber mit Vorsicht voran! Bosse könnten deine Anwesenheit leicht fehlinterpretieren und denken, dass du ihnen ihr Gebiet streitig machen willst! Sie sind meistens nicht gewillt, dir zuzuhören! Es besteht ein hohes Risiko, angegriffen zu werden! Hm... Bosse von Dungeons scheinen nicht viel Geduld zu haben? Ich weiß nicht, ob sie überhaupt Geduld haben! Wie auch immer! Wir sollten uns doch kurz stärken, bevor wir weiter vordringen! Ja, Meister! La la la! La la la! What? Okay! Wir machen schnell einen Speicherpunkt! Also, auch noch hier so ein Safe State! Ja! Ich darf einfach nicht den vierten Slot... Ja, okay! Das macht eh keinen Unterschied! Äh... Kokowai? Hätten wir, glaube ich, keine Probleme! Also machen wir nochmal Pfund drauf! Ja, okay! Sogar One-Shot! Manchmal überlegt man einfach zu viel! Entweder sind die IV-Werte von Fluffluff übertrieben stark! Oder... Oder... Oder die anderen Pokémon sind übelst schlecht! Das sag ich jetzt mal! Gibt es hier überhaupt die IV-Werte? Wahrscheinlich kann man die einfach nicht einsehen! Das war ja früher eher... Die Tuatur fängt wieder an! Früher war ja auch... Die IV-Werten waren ja mehrheitlich versteckte Informationen! Versteckte Werte! Ach, come on! Muss jetzt nochmal ein Schrank aufgebaut werden oder irgendwas! Was? Ach, komm! Ich wollte gerade sagen, zu Glück hat's aufgehört! Ich sag einfach gar nichts mehr! Nein, das... Das würde ich nicht mal aushalten! Ey, wie viele Pokémon wollen die jetzt noch kommen? Ja, übertreib doch! Was? Mach ihn weg! Hä? Ja! Mach ich auch direkt weiter! Oder mit! Nee! Okay, tut mir leid! Ich glaube... Ich glaube... Es war auch mal so eine Situation... Es war glaube ich so... An den Feiertagen... Also an den Festtagen... An Weihnachten... Aber es war so 25. oder 26. Dezember... Und da hat jemand... Und da hat jemand... Am Nachmittag... Die ganze Zeit... Gebohrt! Und ich habe mich schon damals gefragt... Wer... Wer bohrt an Festtagen? Ja, natürlich... Man hat Zeit und alles... Aber ich war nicht der Einzige, der diese Denkweise gehabt hat... So am nächsten... Oder in den folgenden Tagen... War plötzlich... Als ich so in... In dem Treppenhaus... Äh... Unten beim Eingang... Rauslaufen wollte... Bei unserem Blog... War dort ein Zettel auf... Aufgehangen... Wo stand... Welcher Trottel hat hier... Über die Festtage gebohrt? Und... Ganz viele von unserem Blog haben alle unterschrieben... Das stimme ich dir zu... Unterschrieben... Weil... Irgendjemand kam auf diese Schnaps die Idee... Ah... Keine Ahnung... Das hat mich jetzt direkt wieder an... Ja... Diesen Vorfall erinnert... Vor allem wie... Wie immer so der Blog zusammenhält... Das ist Loyalität... Block Loyalität... Ja ok... Ist ja auch einer von... Von dem Blog gewesen... Der ja Wärm gemacht hat... Aber... Wenn jemand einen Fehler macht... Dann... Helfen alle... Ja... Ihm das... Klar zu machen... Die betroffene Person... Tut mir leid... Wenn man so... Das gemacht hat... Und dann... Nächsten Morgen irgendwie runter geht... Und dort einen Zettel sieht... Und so merkt... Oh... Ich glaube das... War ein bisschen zu laut... Ups... Ja... Kann ja passieren... Es ist halt eigentlich nicht so... So schlimm... Aber das ist jetzt gerade extrem... Ich frage mich vor allem... Wo sie... Jetzt gerade am Boden sind... Das klingt irgendwie... Gerade in der Nähe... Wie sie hinter mir wählen... Oder so... Aber hinter mir... Wäre mir jetzt... Jedenfalls nicht... Also nicht bekannt... Dass sie dort irgendwas machen würden... In dieser Wohnung... Sichtsam... Ihr müsst euch... Immer... Wenn ihr diese Geräusche hört... An... Zahnarzt... Denken... Für die meisten ist das jetzt... Komplett Horror... So die Zahnrad... Äh... Zahnrad... Vor allem... Ja super... Super Deutsch wieder... Sehr gut... Sehr gut gemacht... Dreamers... Ich meine Zahnarzt... Äh... Geräusche... Die sind... Ja... Ja okay... Das klingt ganz anders... Als jetzt hier... Die Boa Geräusche... Aber paar Leute können das gar nicht hören... Jeder hat halt... So seine... Eigene Phobien... Zum Beispiel... Eine Kollegin von mir... Die hat... Äh... Auch übelst... Ja... Es ist schon... Ja... Man kann schon Angst sagen... Von... Von dem... Zahnarzt... Man muss es so richtig... Ja... Wirklich betäuben... Das... Wirklich okay ist... Und ich... Ich hab das beim Arzt selber... Beim Blut abnehmen... Oh mein Gott... Da hab ich übelst die Probleme... Ich weiß noch... Als ich... Das erste Mal Blut abgenommen habe... Und... Sie fragte... Also die... Die... Die Krankenschwester... Äh... Fragte mich so... Ja... Wollen sie liegen... Also eben liegen machen... Oder... Äh... Sitzen... Ich so... Ja... Sicher sitzen... Kein Problem... Oder... Also für mich... Für mich war es dann ein Problem... Plötzlich so... Mir ist bisschen schwindlig... Und dann... Oh... Oh ja... Sie sind ein bisschen bleich... Wollen sie... Äh... Lieber liegen... Ja... Ja... Ist gut eigentlich... Boom... Umgekippt... Ey... Seit dann habe ich nur... Übelst die Probleme... Übelst das Thema... Abgeschweift... So ein Pokémon-Spiel... Und von Bora... Oh mein Gott... Aber das ist halt... So meine Phobie... Die so... Aus den Jahren... Raus kristallisiert wurde... Oh man... Ist dies... Dies ist anscheinend... Der tiefste Teil des Dungeons... Mach dich bereit... Und sei auf der Hut... Du kannst nie wissen... Was dich erwartet... Oh... Dort ist seine Tür... Ok... Brennende Fackeln... Rundherum... Meister... Gibt es auch hier... Einen bestimmten Trick... Um die Tür zu öffnen... Tut mir leid... Ich muss irgendwie... Heute so viel aufstoßen... Keine Ahnung... Du hast wirklich viel... Dazugelernt Junior... Ich denke schon... Diese Fackeln müssen... Der Schlüssel zum Mechanismus sein... Der die Tür öffnet... Darüber hinaus ist dies... Ein sehr verbreiteter Mechanismus... Wir... Was müssen wir tun? Das ist einfach... Wenn wir alle Fackeln löschen... Wird sich die Tür öffnen... Sieh mal... Hier kommt... Aquaknarre... Jetzt... Entsteht eine Falle... Wollen wir retten... Sehr gut... Die Tür sollte sich jetzt öffnen... Huch... Meister... Die Tür öffnet sich aber nicht... Hä? Warum nur nicht... Ja... Genau... Wegen dem... Wow... Mein armer Rücken... Meister... Ist alles in Ordnung? Ja... Wie geht es dir Junior? Mir geht es gut... Oh... Das ist was zum... Das ist was zum Grübeln... Anscheinend sind wir irgendwo runtergefallen... Grube... Das ist es also... Dies Loch... Hey Meister... Was ist denn... Diese Fackeln... Sie sind wohl nicht dazu... Da... Die Tür zu öffnen... In Wahrheit haben sie die Falltür geöffnet... Das war eine Art Falle... Falle? Aber auch... Wenn es wirklich eine Falle war... Hier ist es so dunkel... Dass es nicht... Äh... Dass ich nichts erkennen kann... Sieht fast so aus... Als seien wir in einer schwierigen Situation geraten... Oh nein... Zaza... Hey... Ich höre etwas... Als ob... Etwas näher kommen würde... Du... Wie kannst du... So ruhig bleiben? Ich bin nicht ruhig... Ich bin unglaublich... Aufgeregt... Hä? Warte... Das war doch das Geräusch von Dialga, oder nicht? Boah... Das ist ein... Monsterraum! Das sind sie! Geben wir unser Bestes! Machen wir das nicht immer? Sei niemals unvorbereitet, wenn es brenzlig wird, Junior! Dadurch wird das Tempo von Eis-Pogmon um eins erhöht! Gibt es ein Eis-Pogmon hier? Nö... Sie haben keine Eis-Pogmon... Also dann... Warum schneid's dann? Ähm... Jetzt müssen wir schnell überlegen... Imitator... Was macht der Imitator noch mal? Lässt den Anwender die zuletzt von anvisierten Gegner ausgeführte... Ah... Oha... Okay... Fast wir eine gute Attacke sehen... Setzen... Setzen wir die selber ein... Triff Gesang nicht alle... Das wäre optimal! Versetzt Gegner in den Schlaf-Status, der ihn handlungsunfähig macht... Okay... Es steht aber nicht... Gegner vorne über Ecke... Ah... Okay... Ist nicht den ganzen Raum gemeint... Aber das wäre nice gewesen... Äh... Ich habe ja schon gespeichert... Wir warten jetzt mal... Vielleicht haben wir ja einen guten Samen... Ey... Das ist unglaublich... Sind sie wirklich... Übelst in... 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 In Arbeiter-Mode... Ja... Ich setze sich Samen an... Wer könnte uns am meisten Probleme zubere... Wir machen Betacus... Gut... Ja... Okay... Wir können uns nicht bewegen... Aber... Ist doch egal... Nochmal Betacus... Ich verwehr jetzt einfach jeden... Nein... Wir müssen noch... Umdrehen... Äh... Nochmal... Gut... So... Öh... Was... LePumentas kann uns trotzdem angreifen... Ja... Ja... Okay... Für das haben wir ja die Belebersamen mitgenommen... Dankeschön... Äh... Ja... Ich hab... Ich hab's mir noch so gedacht... Okay... Nochmal... Betacus... He... Es tut mir so leid für die Pokémon hier... Sie haben so keine Chance wegen uns... Okay... Erdanziehung... Ich hätte jetzt erwartet... Er... Erdanziehung würde immer... Passieren... Na gerne... Easy going... Ey... Gesa... Äh... 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 Metacus hat uns übelst... Ja... Einen Vorteil verschafft... Puh... Die haben wir gerade so abgewehrt... Sieh mal... Dort drüben kann ich... Ein Licht erkennen... Oh... Oh mein Gott... Ein Höhlenausgang... Das ist der Schatz... Sehen wir uns das mal an... Ja okay... Nein... Wir sind ja in einer Falle getappt... Okay... Was kommt jetzt? Wow... Hey Meister... Wir sind draußen... Anscheinend gelangt man an diesen Ort... Wenn man die Schlucht verlässt... Bei den Felsen und Steinen... Ich erkenne da verwitterte Säulen... Und etwas das wie eine steinene... Steinene Mauer aussieht... Sag bloß... Kann das wirklich... Oh Meister... Schau dort drüben... Okay... Ich kann dort in der Ferne... Schemhafte Ruinen erkennen... Ich wusste es... Das hier ist eine uralte Stadt... Die von der Zeit begraben wurde... Oder so ähnlich... Hey Meister... Ich wette dort drüben gibt es eine Menge Schätze... Schnell... Wir müssen dorthin... Ich bin so aufgeregt... Oh... Wartet... Habe ich doch... Dich endlich gefunden... Amalto... Ich bin Nido King... Ich bin ein Erkunder... Was? Was hast du gerade gesagt? Oh... Papa... Mama... Und alle anderen... Geht es dir gut Fluffeluff? Bist du unverletzt? Mir geht es gut Mama... Wieso fragst du? Freunde... Was habt ihr denn alle? Fluffeluff... Hör gut zu... Da... Das... Das... Pokémon neben dir... Fluffeluff ist... Das ist ein Ganofe... Was? Ein Ganofe? Ein Bösewicht... Das ist es... Was dieses Pokémon ist... Meister soll... Ein... Bösewicht sein? Ganz genau... Dieser Amalto ist ein Pokémon... Dem wir schon eine ganze Weile auf den Fersen sind... Um diesen... Diesen Amalto endlich zu stellen... Muss das sein... Bin ich hierher gekommen? Nidoking sagt die Wahrheit... Amalto ist ein Ganofe der Kategorie B... Wir haben bereits die ganze Region nach ihm abgesucht... Nachdem wir von Nidoking seinen Aufenthaltsort erfahren haben... Sind wir hierher geeilt... Das... Also gut... Lass den kleinen laufen Amalto... Das ist eine Lüge... Es kann nicht wahr sein... Keine Angst Kleiner... Alles wäre gut... Ein Kind hier mit hinein zu ziehen... Du bist wirklich abscheulich... Nein! Ich habe ihn darum gebeten... Und... Meister ist kein böses Pokémon... Gut... Bringen wir es zu Ende... Stopp! Bitte! Hört mich an! Mach schon! Beweg dich! Okay... Das hätte ich jetzt nicht erwartet... Uh... Alle... Oh mein Gott... Boah... Was... Was ist das? Blue... Blue... Der Erdbohm... Er wackelt... Und explodiert irgendwie... Blut... 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 Halt! Aufhören! Junior... Alter über 3... Jetzt wollen sie es aber wirklich wissen Wirklich Egal Ich rege mich jetzt nicht auf Aber immer so in Situationen Wenn eine Sequenz kommt Oh Mann Was Ich bitte dich Hör bitte auf Meister Wenn du Nido King und Magneton Schaden zufügst Dann wirst du auch zu einem Ganoven Und was wirst du dann machen Also hör bitte auf damit Aber Meister ist kein böses Pokémon Ich kenne ihn mittlerweile so gut Dass ich das weiß Oberwachtmeister Magneton Ja Auf ein Wort Ich werde nicht versuchen zu fliehen Das verspreche ich Verstanden Es tut mir leid Junior Es ist genau wie Nido King gesagt hat Ich bin ein Ganoven Ich bin ein Bösewicht Das Das ist nicht wahr Hör mir zu Junior Ich bin ein Ganoven Deswegen haben sie die ganze Region nach mir abgesucht Um meiner Festnahme zu entgehen Bin ich gelaufen 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 Und dann habe ich mich im Trübwald ausgeruht Ich habe mir das Gerücht Gerücht über den Trübwald ausgedacht Das Gerücht dem zufolge tief im Dunkeln ein fürchterliches Monster hausen soll So hatte ich im Wald meine Ruhe Und hoffte nie erwischt zu werden Und mit der Zeit habe ich mich im Trübwald eingerichtet Ich wollte dir eigentlich bereits früher die Wahrheit sagen Nur habe ich es nicht fertig gebracht Das tut mir leid Meister Wie dem auch sei Ich bin ein Bösewicht Aber Du bist anders Deswegen Kannst du nicht bei mir bleiben Aber Hat mir nicht jede Menge Spaß miteinander Ich wollte noch viel mehr von dir über das Erkunden lernen Wenn der Meister von Ich kann die da nicht lesen Wenn der Meister nun verschwindet Was soll Was soll ich dann machen Junior Hat dir das Erkunden Spaß gemacht Ja sehr Dann Werde mir zu Ehren ein großer Erkunder Sei nicht so dumm wie ich Du besitzt ein Naturtalent für Erkundungen Da solltest du Dein Bestes geben Um ein unglaublicher Erkunder zu werden Tu es für mich Meister Es ist an der Zeit Geh nicht Junior Ich habe es wirklich genossen mit dir Während der ganzen Zeit auf Erkundungen zu gehen Es war mir klar Dass die Gefahr besteht Auf diese Art gefasst zu werden Aber trotz des Risikos Bin ich mit dir auf Erkundungen gegangen Und solange du bei mir warst Hatte ich eine Menge Spaß Dies war das erste Mal Dass ich es wirklich genossen habe Zu Erkunden Und du hast mir gezeigt Wie viel Spaß man dabei haben kann Dafür möchte ich dir danken Oh Meister Aber Aber ich möchte nicht Dass du gehst Junior Versuche zu verstehen Ich muss für die Dinge gerade stehen Die ich getan habe Aber wenn ich meine Strafe verbüßt habe Und ich immer noch so fühle Dann werde ich erneut erkunden Ich weiß nicht wann Aber wenn dieser Tag kommt Wenn dieser Tag kommt Würde ich liebend gerne wieder mit dir auf Erkundung gehen Abgemacht Ich entschuldige mich für die Verzögerung Kein Happy End sozusagen Hamon Hallo Geht's gut Meister Meister Nimm das hier Wir sehen uns Meister Das letzte was mir mein Meister gab Es war das Ding Das wir auf unserer ersten gemeinsamen Erkundung gefunden hatten Jener Abwehrglobus Verstehe Du hast also schon als Kind mit den Erkunden angefangen Ja Deswegen ist dieser Abwehrglobus mein Grundstein Und was passierte mit deinem Meister gilt Meister Seid ihr danach wieder zusammen auf Erkundung gegangen Oh Er hat noch eine Menge erlebt Es hat schon seinen Grund Dass er mein einziger Meister ist Aber heben wir uns diese Geschichte lieber für ein anderes Mal auf Heute bin ich dafür zu erschöpft Weißt du Immer wenn ich diesen Abwehrglobus betrachte Denke ich an ihn Das ist der Grundstein meiner Karriere als Erkunder Und Sicherlich gibt es eine Menge Ganoven in dieser Welt Sie werden gefangen und beschraft Aber Aber Wirklich böse Pokémon Die existieren gar nicht Darkrai Darkrai Ja voll Stimme ich Ihnen zu Bin gerade mit Handion Und du musst gleich los Einkaufen Ah mir geht's gut Danke Ah ja ok Schnell am vorbeischauen Ja ja Ist nice Danke Die existieren gar nicht Ich glaube der Erzähler hier ist ein bisschen am Lügen Oder er kennt Darkrai noch nicht Ja ok Ist eine Bonus Episode Ja trotzdem Ist ja im gleichen Spiel Also Wegen Darkrai haben wir überhaupt dieses Spiel Spielen müssen Ja ok Wir haben es nicht müssen spielen Wieder sehr gutes Deutsch Oh mein Gott Aber Die ganze Geschichte ist überhaupt Erst entstanden Wegen Darkrai Weil er Ja alle in einem Albtraum Einhüllen wollte Keine Ahnung Was Genau für ein guter Plan Das auch sein sollte Aber egal Gut ey Wir haben die zweite Bonus Episode Hinter uns gebracht Jetzt fangen wir noch die dritte an Aber die werden wir dann nicht komplett Heute machen So Ich beschleunige mal das Ganze Ist sicher eigentlich Sicher dir genau gleicher Abspann wie gestern Ja Ende Hat man Almaldo irgendwann danach wieder gesehen Vielleicht in Schatzstadt oder so Ähm Gute Frage Also mir wäre es jetzt Nicht aufgefallen Ähm Im Pandir Café Ähm Nein dort War dort ein Amaldo Wir können ja Dann äh Ja nach den Bonus Episoden Wenn wir noch Uns daran erinnern Äh Können wir Ausschau halten Oh nein Jetzt kommt so ein Flora Der Text wird Wird schon jetzt Tortur Das sehe ich schon jetzt Wirklich Eines Nachts In der Gilde Hey so ein Flora Sieh mal Der Hund sieht heute wirklich toll aus Huch So ein Flora Was machst du da Was Du schreibst etwas Aber Nicht gucken Das ist mir ja so peinlich Aber Was Ah jetzt verstehe ich Das muss es sein Du hast angefangen Ein Tagebuch zu führen Nicht wahr Son Flora Ja Um meinen vergangenen Tag Noch einmal Revue passieren zu lassen Aus diesem Grund Habe ich mich dazu entschlossen Von nun an Ein Tagebuch zu führen Das ist mir irgendwie Ein ganz kurzes durchblättern wäre Nein Gar nicht gut Das ist einfach nicht gut Äh Haben wir es nicht schon durchgeklickt Viel zu peinlich Auwaja Das Das Abweilen des Tages Nice Okay Ich bin so ein Flora Ich bin ein Gildenlehrling Das Leben in der Gilde Gefällt mir sehr gut Ich mag Schätze Wirklich gerne So richtig Aus dem Nichts Kommt einfach diese Info Ich mag Schätze Wirklich gerne Und das Training Macht einen riesen Spaß Seitdem ich in der Gilde bin Haben sich meine Erkunderfähigkeiten Wirklich verbessert Vor einigen Tagen Wurde ich zum Gildenmeister gerufen Ich war nervös Ich war nicht sicher Ich war mir nicht sicher Weswegen er mich Nach mir fragt Oh Gott Das fängt wieder an Also ging ich zur Kammer Des Gildemeisters Um es herauszufinden Auwaja Ich wurde gelobt Weil ich wirklich hart gearbeitet Und mich auf Erkundungen Gut angestellt habe Hatte Auwaja Was habe ich mich Was habe ich mich gefreut Ich freute mich so sehr Dass ich Angst hatte zu platzen Aber An meinem Selbstvertrauen Könnte ich noch etwas arbeiten Deswegen Möchte ich noch viel Vom Gildenmeister lernen Ich mag die anderen Gildenlehrlinge Wirklich sehr Es macht Spaß Gemeinsam Zeit zu verbringen Alle hier sind Sehr freundlich zu mir Dass ich in dieser Gilde Trainieren darf Das macht mich Unbeschreiblich glücklich Aber In Bezug auf meine Freunde Da gibt es etwas Besorgniserregendes Zu berichten Wie jedes Mal Krakelo Kommen wir zu dem Was mir Sorgen bereitet Ich bin in der letzten Zeit Nicht sonderlich gut mit Krakelo ausgekommen Gemeinsam Gemeinsamen Erkundungen Mit Krakelo Bin ich sogar Fern geblieben Krakelo ist einmal Trotz meiner Warnungen Blind in einen Dungeon Hinein gerannt Woraufhin Wir beide K.O. gegangen sind Als ich zu mir kam Wurde mir klar Dass wir beide Beide das Bewusstsein Verloren hatten Trotz meiner Warnungen Unglaublich Seit jenem Tag Haben Krakelo und ich Uns nicht in die Augen Blicken können Das Macht mir Sorgen Aber Es ist alles Seine Schuld Nach diesem Fehlverhalten Hat sich Krakelo Nicht einmal entschuldigt Das ist einfach Unverzeihlich Hm Oh Da bist du ja Sohn Flora Oh hallo Plaudergeil Ich habe nach dir gesucht Es gibt da etwas Das ich mit dir Besprechen möchte Komm bitte mit Besprechen? Ah war ja Was das wohl bedeutet Die ganze Zeit Beide einfach Bester Dialog Bis jetzt Er war kurz Knapp Mit Facts Vollgeballert Huch Oberwachtmeister Magnetsohn Hallo Sohn Flora Oberwachtmeister Magnetsohn Besucht uns Wegen eines Eines speziellen Anliegens Ein spezielles Anliegen Stimmt genau Wir haben in letzter Zeit Leider Probleme Mit der Festnahme Eines bestimmten Ganoven Gehabt Wir haben alles Versucht Aber es Nicht geschafft Ihn zu fangen Er kann Blattpapier In der Hand Halten Also in Zwei Magneten Okay Okay Hätte ich jetzt nicht erwartet Um diesen Ganoven geht es Alpolo Sein Name ist Alpolo Er ist ein Ganoven der Kategorie S Er ist auch bekannt als Der unbesiegbare Alpolo Unbesiegbar? Stimmt genau Egal wie oft man ihn K.O. gehen lässt Er taucht immer wieder auf Als wäre nichts geschehen Dieser Alpolo scheint wirklich unbesiegbar Deswegen konnten wir ihn Bisher noch nicht dingfest machen Ein unbesiegbares Pokémon? Alpolo? Okay Also kam Obermachtmeister Magnetone Um die Dienste eines Erfahrenen Erkunders Der Gilde In Anspruch zu nehmen Der Gildmeister Hat dem Obermachtmeister Jemanden empfohlen Son Flora Diese Empfehlung Bist du Was? Ich? Son Flora Deine Fähigkeiten Überragend Die der Anderen Lehrlinge Auch ich Glaube an dich Gildmeister Ich Awaya Gildmeister Es gibt da ein Problem Leider gibt es kein Pokémon Das dich begleiten könnte Alle anderen Sind mit ihren Gildenpflichten beschäftigt Allein die Neuankömmlinge Waren Wären da Apropos Neuankömmlinge Wir haben Team Schimmel Zur Erkundung des Wasserfests geschickt Ah das war genau Ernsthaft Jetzt fängt das wieder Ernsthaft Jetzt fängt das wieder Und zwei Sachen Auf Wanna become famous By followers Go away man Get out Ey jetzt Das war ja schon gestern 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 Sogar noch zugeflüstert worden Plötzlich Der genau gleiche Typ Vom vorherigen Tag Hat mir zugeflüstert Wanna become famous Ja Ja Bestimmt Bestimmt kein Scam Wirklich Ah Mann ey Instant rage Einfach Ja Ja Und bei dir Bei dir Verstehe ich es ja Wenn schon Dass du es eingetippt hast Oder vielleicht hast du ja Copy und paste Von Tain Torvik Gemacht Aber Tain Torvik Schämt dich Wirklich Du Bot Und wenn du Richtig bist Dann tut es mir leid Dass ich Oh Mann Es ist War das nicht gerade Letzte Woche Als zwei Typen Hintereinander Den genau gleichen Text geschrieben haben Schön wäre es Ja Egal 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 Einfach Ausblenden Einfach Vergessen Diese Situation Oh Mann Wir haben Team Schimmel Zur Erkundung Des Wasserfalls Geschickt Und Bidita ist schlichtweg Nicht erfahren genug Er kann das noch nicht Ist schon in Ordnung Pleiter Guy Ich schaffe das schon allein Gut Wir möchten dir nur Nicht zu viel Zumuten Aber Wir zählen auf dich Alpollo ist In die Quellhöhle Entkommen Dem Magnetilo Report Zufolge hält er Sich dort versteckt Wenn du dich Jetzt aufmachst Solltest du ihn Ohne Probleme Einholen können Die Quellhöhle Also Kein Problem Gut Bin schon unterwegs Skillmeister Einen Moment noch Ja Bitte Die Quellhöhle Ist in der Nähe Der heißen Quelle Das heißt Unter ihr Fließt Lava Also ist die Wahrscheinlichkeit Dort auf Feuer Pokémon zu treffen Recht hoch Noch etwas Alpollo ist ein Gift Pokémon Du sprichst die Verschiedenen Pokémon Typen an Genau Ich bin ein Pflanzen Pokémon Das heißt Angriffe von Typ Feuer So wie von Typ Gift Richten bei mir Großen Schaden an Ich glaube ja kaum Dass in der Quellhöhle Nur schwache Pokémon Auf mich lauern Ich sollte Vorsicht walten lassen Alles andere Wäre leichtsinnig Jetzt hätte ich am Anfang Also ich habe am Anfang Nicht dein Name gelesen Mr. Stolos Und dachte Oh nein Jetzt schon wieder Oh Mann Bra Oh Mann Ey Die Bohrgeräusche Gehen mir langsam Wirklich Auge auf den Wecker Ich habe es so Ich weiß so Dass es Dass es so Ablaufen wird Sobald ich Dann zu euch sage Ey Bis zum nächsten Mal Wieder hier auf dem Dreamers Channel Und abschalte Ist dann Ruhe Wollen wir wetten Ich mache dann Insta Story Also wirklich Wenn das wirklich so ist Ey Dann drehe ich komplett durch Also Oh Mann Einfach die ganze Zeit Getriggert Von Real Life Dass du diesen Auftrag Erledigst Son Flora Nehme ich an Dass es keine größeren Probleme geben dürfte Ich gebe nur auf Ich gehe nur auf Nummer sicher Man weiß ja nie Das ist bestimmt Das Werk von Azeos Todungiun Ja voll Ich höre es schon Im Hintergrund Oh Mann Ja vielen Dank dafür Das ist ein persönlicher Auftrag Des Guildmeisters Ich darf keine Schwäche Zeigen Keine Schwäche Zeigen Todungiun Intensifies Richtig am Übersteuern Solange ich mich Gut vorbereiten kann Dürfte es kein Problem sein Das wird ein Leichter Sieg werden Ja Das machst du Du machst das schon Oh Gott Ich kann wieder Nicht lesen Genau Puh War ich vielleicht nervös Einfach so aus dem Nichts heraus Gefragt zu werden Aber schließlich War es ein direkter Auftrag des Guildmeisters Aber ich bin so froh Als Repräsentantin So ein Floch als Nessie Ah Ah Okay Oh Welcher Stream Haben wir heute Den 24 Star Von diesem Projekt Gecheckt Und ich hab's erst Jetzt gecheckt Ah Okay Der Guildmeister Okay Da muss ich mich Von der besten Seite zeigen Ich muss mich Anstrengen und Apollo Ding Fest machen Also besser nicht Rödeln mit der Vorbereitung Damit ich bald Los kann Die Bonus Episode Das Auweiler des Tages Mit Sohn Flora In der Autrolle Du wirst die Geschichte mit Sohn Flora Als spielbaren Charakter beschreiten Sohn Flora Hehehe Hehehe Der Guildmeister Hat vorhin Nach dir gesucht Hehehe Kurz nachdem Oberwachtmeister Magneton hereinkam Sie fasst Wie eine offizielle Geschichte aus Ich weiß ja nicht Was für eine Art Job sie dir Gegeben werden Geben werden Aber sieh zu Dass du ihn Nicht vergeigst Ja Das machen wir nicht Ich glaube Wir haben wieder Keine Items Dabei Dann nehmen wir Ein paar Belebersamen Mit Hey Was Was machen Die hier Wusstest du Das nicht Ich weiß Jetzt gerade Nicht mehr Zu Also Auf was Bezogen Die Frage Gerade Ist Also was Was wusste ich Nicht Du Armer Ja Dass du sowas Dir anhörst Während du Streamst Dass so ein Flora Weiblich ist Aha Das wusste ich Wirklich nicht Ich hab das Aus dem Text Irgendwie nicht Heraushören können Oder herauslesen Ja Hehehe Also der Text Ist manchmal Ein bisschen Pain Weil es so Viel Wiederholung Ist Immer wieder Das gleiche Vor allem Das Heute Nochmal Über Ken Gama Speicher Gelernt Obwohl Wir es schon Tausendmal Erfahren Haben Wie es Funktioniert So Ähm Was Könnten Wir Also heute Ist Es tut Mir Immer noch Leid Es ist Wirklich Schlimm Ich dachte Es würde Nur am Anfang Sein Aber bis Jetzt Eine Stunde Eine Stunde 50 Minuten Durchgehend Durchgehend Einfach Am Bohren Oh Mann Egal Wir nehmen Natürlich auch Noch Äpfel Mit Ähm Und auch Noch Top Elixiere Ja okay Sinnebeeren Können wir Auch noch Ein paar Mitnehmen Falls es Dort In der Quellhöhle Keine Gibt Keine Ahnung Kann ja Möglich sein Warte Wir haben Aber nicht Die Belebersamen Dort Bei Bei Fluffel Verloren Eigentlich Tut es Mir Leid Für Dich Ja Ja Man kann Nichts Ändern Soll ich Rüber Gehen Klopfen Hey Könnt ihr Bitte Bisschen Barten Ich muss Streamen Ja okay Da wird Man Sich Nein Niemals Würde So was Machen Oh Mein Gott Nein 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 Okay Top Elixiere Es gibt Es halt Manchmal Gestern Hatten Wir Schöne Ruhe Eigentlich Ja Letzter Zeit War Es Wirklich Gar Nicht Schlimm Auch Vor Einem Jahr Hat Ja Das Komplett Angefangen Damals Haben sie Ja Bei uns In der Wohnung Alles Umgebaut Und Dort War Täglich Lärm Einfach Die ganze Zeit Bohrgeräusche Oder Hammergeräusche Ja Was will man Machen Oh man Okay Gut Wir probieren Es Jetzt Mal Aus Also gut Bevor ich mich Auf den Weg Mache Sollte ich Meinen Auftrag Bestätigen Ich Muss den Ganoven Alpolo Fangen Oberwachtmeister Magnetzone Sagt Sagt Dass ich Ihn Schnell Erwischen Kann Wenn ich Mich Direkt Auf Den Weg Mache Wenn Ich Mich Etwas Beile Habe Ich Das Ruck Zuck Erledigt Ich Glaube Das Arceus Im Hintergrund Am Klopfen Jau Jause Alles klar Ich bin Unterwegs Okay Let's go Ahnst du Woll Einfach Weg Oh nein Da kommt Das Pupanze Was haben wir Für Attacken Gar nicht mal So schlecht Gar nicht mal So schlecht Da treffen Wir Kein Einziges Mal Was Okay Lehmob Wache Nicht Okay Schon In der Ersten Ebenden Bazar Ah Da Sieht Man Sich Wieder Okay Ich Sollte Vielleicht Kugelsaat Sparen Nein Ich Hätte Diagonal Damn Wir Haben Schon Bei Der Ersten Ebene Probleme Nein Come On Ey Was Mayday Mayday Blendsame Blendsame Okay Ja Glück Yay Ich bin Ich bin Übisch Schon Vorgehypt Auf das Nächste Projekt Ich Hab Übisch Bock Wieder Mal In Xenoblade Chronicles Rein Einzuschauen Dort Habe Habe Ich Die DLC Nicht Gemacht Oder Beziehungsweise Ich Habe Season Pest Damals Gekauft Damals War Noch Nicht Das DLC Draußen Und Ich Bin Irgendwie Noch Nie Dazu Gekommen Das Nach Zu Holen Ist Dann Gerade Ideal Dass Wir Das Projekt Dann Anfangen Werden Können Wir Das Ganz Am Schluss Dann Noch Dran Hängen Dies DLC Dann So Wie Die Vor Geschichte Von dem Ganzen Was Wir Erleben Werden Was Wir Sind Schon What Aber Ich Bin Mir Immer Noch Am Überlegen Wie Wir Die Synchro Machen Wollen Ob Wir Es Auf Englisch Haben Einstellen Wollen Oder Umstellen Auf Japanisch Weil Beim Englischen Ist Es Richtig Sagen Die So Es Gibt Sehr Wenige Synchronisations Stimmen Und Mehrheitlich Ganz Viele Die Selben Charaktere Haben Den Gleichen Akzent Das Mehrheitlich So Ein Schottischer Akzent Also Schottisch Englisch Wegen Dem Japanisch Wäre So Ein Bisschen Anime Flavor Auch Wenn Man Online Anime Auf Japanisch Schauen Würde Mit Untertitel Dann Wäre Halt Das Vom Feeling Her Gleich Ich Glaube Ich Werde Eher Japanisch Einstellen Aber Bin Es Mir Noch Überlegen Kann Ja Auch Englisch Sein Oder Falls Jemand Lieber Will Dass Wir Englisch Hören Aber Es Ist Wirklich Strange Es Übelst Gewöhnungsbedürftig Diesen Schottischen Akzent Ich Weiß Ja Nicht Keine Ahnung Wir Können Dann Noch Schauen Ich Bin Ein Gutes Stück Weit Gekommen Wo Steckt Dieser Apollo Nur Ist Er Noch Tiefer In Die Höhle Geflohen Hey Du Du Was Hast Du Gerade Gesagt Sag bloß Du Suchst Mich Wer Ist Das Ich Höre Dich Aber Ich Kann Dich Nicht Sehen Du Siehst Mich Nicht Wenn Das So Ist Werde Ich Mich Zeigen Er Er Unsichtbar Machen Oh Mein Gott Oh Vaya Du Hast Mich Erschreckt Ich Bin Apollo Wenn Du Nach Mir Suchst Dann Musst Ein Erkunder Sein Ganz Genau Mein Name Ist Don Flora Ich Bin Gekommen Um Dich Festzunehmen Mich Festzunehmen Hahaha Hahaha Das Hört sich ja Interessant An Hey Don Flora Warum Glaubst Du Taucht Ein Ganove Wie Ich Genau Vor Deiner Nase Weil Ich Noch Nicht Gefangen Wollen Bin Alle Erkunder Die Es Je Probiert Haben Sie Haben Aufgegeben Und Ihr Selbstvertrauen Verloren Diese Form Der Enttäuschung Ich Erteile Dir Gerne Eine Lektion Wie Sich Das So Anfügt Nur Zu Here We Go Again Ja Okay Keine Probleme Warte Ich Mach Ein Safe Stay Ist Immer Wichtig Als Ersten Safe State Zu Machen Okay Kugel Sagt Ich Glaube Der Kampf Ist Gar Nicht So Schwierig Außer Wir Treffen Gar Nicht Was Und noch Knurren Luft Ja Es Ist Dann Übelst Der Schwierige Dungeon Es Kommen Sehr Viele Feuer Und Gift Pokémon Kein Einziges Feuer Pokémon Haben Wir Gesehen Ich Ich Es Irgendwie Geschafft Ihn Auszuschalten Naja Dieser Apollo Hatte Wohl Ein Großes Mundwerk Aber Da Steckte Nichts Dahinter Er Bewegt Sich Nicht Mehr Sieht Sieht Aus Als Sarah K.O. gegangen Also Beheile ich Mich Besser Und Nehme ihn Fest Juh Aber Es Ist So Hell Ich Sehe Nichts Was Ich Habe Ich Weiß Doch Dass Ich ihn Gerade Auf Die Brette Geschickt Habe Warum Ist Er Plötzlich Wieder Munter Hast Du Gesehen Es Ist Unmöglich Mich Fertig Zu Machen Du Fragst Warum Tja Das Ist So Weil Ich Unbesiegbar Bin Unbesiegbar Oh Ich Erinnere Mich Oh Nein Jetzt Kommt Nach Rücken Warum Er Ist Auch Bekannter Als Der Unbesiegbare Apollo Unbesiegbar Stimmt Genau Egal Wie Oft Man Ihm K.O. Gehen Lässt Er Taucht Immer Wieder Auf Als Wäre Nichts Geschehen Dieser Apollo Scheint Wirklich Unbesiegbar Deswegen Konnten Wir Ihn Bisher Noch Nicht Ding Fest Machen Leute So Was Nennt Man Belebersamen Er Hat Ein Sehr Großer Vorrat An Belebersamen Man Nimmt Einfach Den Beutel Weg Kein Ja Und Dann Ist Das Problem Gelöst Ein Unbesiegbares Pokémon Apollo Ja so Einfach Wirds Wahrscheinlich Nicht Sein Unbesiegbare Apollo Ganz Egal Wie Viel Schaden Ich Abbekomme Das Macht Mir Gar Nichts Aus Anders Als Bei Dir Du Kriegst Im Kampf Ordentlich Was Ab Und Letzten Endes Wirst Du Ermieten Da Weißt Du Bereits Wer Von Uns Beinen Heute Zuerst Aufgeben Wird Und Zwar Du So Wie Alle Anderen Erkunder Die Hier Waren Und Versuchten Mich Zu Stellen Oh Verstehst Du Mich Zu Fassen Okay Dann Gehen Wir Auf Ey Wir Haben Alles Gemacht Ey It's Not All Business Anymore Ja Aber Ich Werde Dir Einfach Nicht Mehr Zuhören Du Denkst Ein Kleiner Rückschlag Wie Dieser Reicht Aus Damit Ich Aufgebe Ich Werde Dich Weiter Jagen Und Am Ende Fest Nehmen Da Kannst Du Sicher Sein Nur Warum Warum Ist Er Unbesiegbar Warum Fragt Er Uns Das Wir Sind Auch Einfach Hier Zuschauende Ja Okay Ich Muss Ja Hier Wieder Sehr Groß Hat Sehr Viel Logik Gezeigt Wieder Schon Wieder Bei Der Ersten Etage Gibt Es Ein Keckle Und Bazar Warum Auch Immer Das Weg Gut Also Ich Muss Wirklich Sagen Ich Hätte Am Anfang Gedacht So Ein Flora Wäre Übelst Schwach Bis Jetzt Aber Ging Es Wirklich Relativ Einfach Besser Satz Wieder Dreamer Sex Funktioniert Nicht Mehr Oh Mann Ich Ich Wollte Eigentlich Rasierblatt Markieren Was Weg Rasierblatt Ist Halt Auch Ein Weitschuss Attacke Hat Aber Nichts Gebracht Wenn Man Nicht Trifft Gut Blebersamen Bitte Blend Den Blendsamen Können Wir Natürlich Gut Gebrauchen Bei Unserem Nächsten Boss Pokémon Alles Wird Wieder Ding Sein Alpollo Wir Werden Hier Nur Ein Boss Pokémon Wahrscheinlich Vor Die Augen Bekommen Außer Es Wird Mal Gengar Sackgasse Gewesen Schon Wieder Blendsam Dieser Weg Bis Hier Hin Hä Ah Stimmt Scholl Junior Hat Ja Eines Von Den Höchsten Defensiv Punkten Stimmt Stimmt Jedes Mal Frage Ich Mich Hä Warum Hält Das So Viel Aus Okay Okay Also Eigentlich Das Money Können Wir Am Wenigsten Gebrauchen Aber Von Dem Hat Es Natürlich Wieder Am Meisten Welches Herumlieb So Gut Leben Wieder Are you Serious? Nein Jetzt Treffen Wir Gar Nicht Mehr Alles Stopp Okay Das Der Falsche Wo Habe Ich Gespeichert Das Ist Unglaublich Unfair gewesen Warum Okay Gut Jetzt Wissen Wir Wenn Schon Wo Wir Durch Müssen So Halber Was Mache Noch Mal Ein Seist Jetzt Auf Jeder Ebene Ich Halte Das Nicht Aus Nein 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 Dann Bekommst Du Trotzdem Eins Drauf So Wir Wissen Ja Jetzt Wo Sich Hier Der Nächste Raum Befindet Ah Nein Jetzt Habe Ich Die Ebene Fail Interpretiert Hier Sind Sind Wir Vorhin Aber Irgendwo Anders Gespawnt Oder Nicht Vielleicht Kommt Es Mir Nur So Vor Es Sollte Ja Hier Irgendwo Sein Okay Ich Bin Los Nein Nein Rückzug Warte Wir Würde Ich Je Gesang Keine Pokma Aber Irgendwann Kommen Sie Dann Einfach Vielleicht Von Andere Richtung Oh No No Nein Pssst Niemand Gesehen Niemand Gehört Ich Weiß Ich Weiß Ich Weiß Ich Weiß Es Ist Einfach Gerade Unglaublich Ja Dumm Dumme Situation Gewesen Wir Gehen Jetzt Nicht In Diesen Raum Nochmal Der Sollte Ja Hier Direkt Rechts Von Uns Liegen Wir Gehen Jetzt Einfach Links Unten Durch Oh Mein Gott Du bist Auf U2 Vorhin Gestorben Ja Vorhin Waren Wir Auch Nicht Weit Ich Glaube U4 War Das Ja Jetzt Seit Dann Seit Diesen Zeitpunkt Als Ich Gesagt Habe Ja Mit So Flora Geht Es Richtig Gut Beweist Uns Das Spiel Gerade Alles Komplett Das Gegenteil Ich Bin Einfach Enttäuscht Jetzt Kommt Der Lange Gang Was Trotzdem Die Richtige Ebene Jetzt Hat Sich Aber Ein Bisschen Verändert Wir Haben Es Mal Weiter Geschafft Oh Mein Gott Ich Mach Hier Ein Save State Wir Sind Ja Letztes Mal Auch Nur Wegen Burma Down Down Gegangen Wenn Man Überlegt Von So Ein Pokémon Oh Mann Ja Okay Ich bin Ja Auch Schon Bei Smaragd Edition Von Smetball In Der Kampfzone Down Gegangen Und Von Potrot Potrot Das Sind Beides Käfer Pokémon Da Habe Ich Völlig Kein Verschädnis Käfer Pokémon Das Sind Doch Easy Eigentlich Übelst Die Schwachen Typen Ja Okay Es Geht Es Kommt Auch Auf Die Attacke Dann Dazu Die Siegeserie Vermasselt Hat Ah Gutes Altes Smetball Warte Apollo Dieses Mal Werde Ich Dich Fest Nehmen Glaub Mir Uff Du Schon Wieder Du Bist Ganz Schön Hartnäckig Hast Du Etwas Schon Vergessen Dass Ich Unbesiegbar Bin Unbesiegbar Oder Nicht Das Ist Jetzt Auch Egal Ich Werde Ich Werde Dich Fest Nehmen So Einfach Ist Das Erkunder Wie Dich Habe Ich Schon Viele Gesehen Hartnäckige Erkunder Die Mich Wieder Und Wieder Herausforder Keine Wirkliche Herausforder Das Könnte Jetzt Ein Harter Schlag Für Dich Sein Aber Es Ist Egal Wie Sehr Du Es Auch Probierst Es Gibt Keinen Weg Mich Zu Besiegen Absolut Keinen Weg Also Bringen Wir Es Hinter Uns Okay Nochmal Classic Grasflöte Kugelsatt Nochmal Oh Der Der War Wirklich Nicht Schlecht Oh Okay Easy Go Ja Okay Es Passiert Sicher Das Genau Gleiche Immerhin Ich Habe Es Geschafft Er Ist K.O. gegangen Aber Schon Wieder Ich Dachte Diesmal Wäre Es Wäre Es Das Endgültig Gewesen Ganz Egal Wie Häufig Du Mich Umhaust Deine Anstrengungen Sind Vollkommen Umsonst Ich Bin Unbesiegbar Uff Warum Nur Warum Ist Warum Ist Alpolo Immer Noch So Voll Energie Direkt Nach Ein K.O. Was Ist Das Das Sind Schmeck Muck Ich Rechnete Damit Dass Du Mir Immer Weiter Folgst Also Habe Ich Sie Im Fall Hinein Um Hilfe Gebeten Es Sind Feuer Pokémon Ah Feuer Pokémon Jetzt Haben Wir Unsere Feuer Pokémon Guru 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 What Jedes Pokémon Kann Reden Dann Kommt Sie Können Dich Mit Ihrem Feuer Verbrennen Bis Dann Hey Lauf Nicht Davon Ike War Ich Unverbereitet Abaya Ich Brenne Heiß 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 Abaya Was Was Passiert Gerade Hier Abaya 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 Es ist Hoffnungslos Hilfe Ja Nice Kakelo Uah Ja Ja Sie Haben Den Besten Text Die Schneck Max Geht Es dir Gut Sonflora Ja Du hast Mich Gerettet Wirklich Gut Komisch Sieh dir Gar nichts Ähnlich Mit Denen So viel Ärger Zu Haben Aber Du Hast Ganz Schön Etwas Abbekommen Da Das hat nichts zu bedeuten. Was ist das für eine Einstellung? Ich verstehe. Ich werde nicht mehr helfen. Ich werde dir nicht noch einmal helfen. Oh. Nein, warum tun sie so? Oh, jetzt habe ich es doch getan. Eigentlich sprechen wir ja nicht mehr miteinander. Aber ganz im Ernst, ich war froh, ihn hier zu sehen. Ich wollte ihm wirklich danken, aber aus irgendeinem Grund habe ich es einfach nicht geschafft. Ach, vergiss es. Ich bin sauer auf mich selbst dafür, dass ich es nicht fertiggebracht habe. Dieses Mal geht es dir gut, Son Flora? Ja, du hast mich gerettet. Warum gibt es schon direkt eine Rückblende wieder? Wirklich? Gut. Komisch. Sieht dir gar nicht ähnlich, mit denen so viel Ärger zu haben. Aber du... Ja, warum ließ ich das? Und dann war Krakelo auch schon wieder ganz der alte Krakelo. Er hat sich wirklich Sorgen um mich gemacht. Was? Warte mal einen Augenblick. Krakelo? Was Krakelo gesagt hat? Aber du hast ganz schön etwas abbekommen. Da ist es wohl gut, dass ich hier rechtzeitig aufgetaucht bin. Das freut mich. Sag nicht. Aber... Aber das würde ja bedeuten... Ich glaube, das hängt mit dem zusammen, was ich gerade versuche herauszubekommen. Ich glaube, ich habe es. Apollo behauptet, unbesiegbar zu sein. Aber das ist natürlich ein Trick. Okay. Ich hätte erwartet, dass wir jetzt noch so zwischendrin irgendwie speichern können. Wir probieren jetzt noch dieses Dungeon. Ich würde aber sagen, nach dem nächsten Post machen wir mal für heute Schluss. Ich mache dann ein Save-State und wir können dann morgen so weitermachen. Gut. Glück gehabt. Okay. Langsam wird es kritisch mit dem Pop... Ein bisschen zu viel Stein. Zu viel Onyx. Ja, okay. Dann einen Schott. Weg. Ausgang. Ausgang. Okay, das ist kein Ausgang. Das ist ein Weg. Natürlich ist der letzte Raum immer derjenige. Habe ich schon erwähnt, wie geil Fallen sind? Ich liebe Fallen. Fallen sind das A und O von jedem Spiel. Nein. Nein. Vergesst es. Wir sind... Nein. Warum jedes Mal? Wir werden immer einge... Oh, Mann. Wir nehmen Rache. Wir nehmen Rache. Definitiv. Alles befreit von Paralyse. Paralyse. Wir nehmen das Streurop trotzdem noch mit. Glück gehabt. Ich völlig am Schreien. So wie irgendwas richtig Schlimmes passiert wäre. Es nervt mich einfach jedes Mal, wenn wir eingetrappt sind. Aber zum Glück nur der Schlafpulver. Ausgang. Wie viele Belebersamen haben wir eigentlich noch? Ah, drei. Okay. Nice. Wir haben ja drei rausgenommen aus dem Lager. Bis jetzt sind wir noch drei. Perfekt. Oh, nein. Nein. Gut. Belebers. Chaos am. Kugelsaat ist somit auch komplett verbraucht. Nein. Ich nehme an, es geht jetzt dann direkt weiter. Bis jetzt waren es immer fünf Ebenen. Ah. Ich bin recht weit gekommen. Noch etwas weiter, Alpollo. Wird sich da irgendwo versteckt haben. Diesmal werde ich ihn ganz sicher kriegen. Ja, Leute, ich glaube, wir machen hier direkt unser, ja, Ende von dem Stream. Wir machen dann morgen den Rest weiter. Ja. Sozusagen. Ich glaube, es kommt sicher noch einiges dazu. Also, Alpollo ist sicher nicht nach dem dritten Mal schon besiegt. Weil bei Fluffelhoff hatten wir ja auch relativ viel Story. Ja, okay, es war auch viel Text, den ich vorher lesen musste. Hier war es jetzt so mittelmäßig eigentlich. Ah, ich hätte ja ins Menü gehen können. So, speichern das Menü. Dann machen wir morgen die Geschichte weiter mit so einem Flora. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich wünsche allen noch einen schönen Start ins Wochenende. Oder noch generell einen schönen Freitag. Jeden Tag um 2 Uhr Nachmittags wäre ich hier live. Heute hat es mal sehr gut pünktlich geklappt. Wirklich auf 2 Uhr genau. Das ist irgendwie eigentlich auch ungewohnt. Also eigentlich immer so circa um 2 Uhr Nachmittags. Sollte es hier weitergehen. Gut, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal hier wieder auf dem Dreamers Channel. Peace out, Leute. Bye.